Die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen ist zur neuen EU-Kommissionspräsidentin gewählt worden. Doch vor allem bei den Sozialdemokraten herrscht Unmut darüber. Das Wahlergebnis fiel knapp aus. Schon im Vorfeld musste von der Leyen im EU-Parlament gegen starke Vorbehalte kämpfen. Schließlich hatten die EU-Staats- und Regierungschefs mit der Bundesverteidigungsministerin eine Politikerin nominiert, die keine Spitzenkandidatin der Parteien bei der Europawahl war. Nach der Wahl bieten SPD und Grüne von der Leyen nun eine konstruktive Zusammenarbeit an. Sie fordern sie aber auf, ihre Versprechen umzusetzen. Vor der Abstimmung kündigten zahlreiche Abgeordnete auch der Linken an, mit Nein zu stimmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisiert den Koalitionspartner SPD für diese Haltung. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU ruft zu einer konstruktiven Zusammenarbeit auf. Sie sagt von der Leyen eine enge Zusammenarbeit zu. Die Wirtschaftsverbände in Deutschland reagieren erleichtert auf die Wahl von der Leyen. Die Verbände fordern von ihr ein Eintreten für wirtschaftliche Stärke.